Hallo meine Lieben, wie einige von euch ja bemerkt haben, habe ich gestern ein ungeschnittenes Video veröffentlicht und nein, das war keine Absicht, wie ihr euch ja sicherlich denken könnt, war das ein Versehen und ich wollte noch mal ein paar Sätze zu sagen und zwar habe ich das vorgestern Abend hochgeladen, bearbeitet, beschriftet und so weiter und geplant, dass es eben um 6 Uhr am nächsten Tag online kommt und es war schon echt spät, ich war so müde, aber ich wollte es unbedingt noch fertig kriegen und habe einfach die falsche Datei rübergezogen und eben das ungeschnittene Video hochgeladen und ich habe das erst am nächsten Tag bemerkt, als ich eure Kommentare gelesen habe und sonst hätte ich das wahrscheinlich gar nicht gemerkt, ich lese so, war das Absicht, dass du das ungeschnitten veröffentlichst? Und ich so, was? Nein, ich musste erst so lachen, habe das Video natürlich offline genommen und ich habe aber noch eure Kommentare gelesen und deswegen wollte ich jetzt noch mal kurz was dazu sagen, weil ich war so fasziniert davon, wie lieb ihr mir geschrieben habt und dass sich keiner über mich lustig gemacht hat, sondern ihr habt so geschrieben, ja, interessantes Format, sehr sympathisch, unsere Ami, ich fand das so cool und ich habe noch 15 Daumen hoch auf dieses Video bekommen und es hatte nur 40 Aufrufe insgesamt. Das ist schon eine ganz gute Rate, finde ich und ich fand das so toll, wie positiv darauf reagiert wurde. Wirklich, ich wollte mich einmal bei euch bedanken, ihr seid so eine tolle Community, es bringt so Spaß mit euch und ja, ich denke, gestern hatten alle ein bisschen was zu lachen, ich hoffe, ihr habt euch gut amüsiert. Marc und ich haben auf jeden Fall sehr herzlich gelacht und ihr seht daran halt auch, es ist alles nicht geskriptet, ich lese nicht ab, ich habe nichts vorbereitet, ich drücke auf Record und los geht's und mal klappt es besser und das ist so ein Rutsch und ich weiß genau, was ich sagen will und manchmal, ja, muss ich halt auch ein bisschen überlegen und überlege in dem Moment, hm, sagst du das jetzt, sagst du das jetzt, passt das noch mit rein und so sind halt die Videos, also sehr gefreestyled immer bei mir alles. Und ja, jetzt habt ihr mal ein bisschen hinter den Kulissen mitbekommen, hatte du was zu lachen, ich denke, ja, war für alle ganz amüsant gestern und ich wollte mich wirklich bei euch bedanken, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, das war es erstmal mit diesem Video und dann sehen wir uns im nächsten, hoffentlich geschnittenen Video wieder. Bis dann, ciao! Ciao!